Ein herzliches Hallo! Wir sind zum dritten Mal hier bei 6K United in der SAP Arena in Monom dabei, mit den Klassen 5 und 6 und dem Chor. Und warum machen wir das eigentlich? 6K United ist eine geniale Kombination aus Musik, aus Message, aus Gemeinschaft, aus Vorbereitung. Ja, das Ganze in einer coolen Location, das ist für jede Schule eine super Bereicherung und ich wünsche euch viel Spaß hier mit dem Video. Ihr guckt auch in die Vorprobe mit rein und dann ins Konzept. Genau, und jetzt fange ich an. Der Applaus ist vorbei und ihr werdet wieder ganz ruhig, denn ich erkläre kurz, was wir hier machen. Und ihr seid ganz leise und wir schlagen mit dem Strom. Oh, das mit dem ganzen Eis gleich drückt man nicht auf. Achtung, jetzt tun wir gleich. 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 Lächelt ein bisschen dabei. Und wir lächeln immer weiter. Ja, ja, ja. Der hat echtes Ziel getreten. So was muss ich Ihnen denn? Der hat echtes Ziel getreten. Super, macht immer weiter. Beim Befeu könnt ihr daran denken, dass ihr die Fahne ganz hoch nehmt, aber den anderen Arm nur so ganz wenig. Lass es hier so. Ich wasch die Kriegsbemahnung ab, das Wasser wird rot. Wir spannen die Energie, wir kumpfen erst schon. Mir gibt es keinen Sieg, nur ein Toast auf die Kapitulation. Die leisten Fahnen hoch und geh. Es freut mich von uns und gar nicht weg. Nimm die Fahne ganz weit hoch, aber den anderen Arm nur so ein bisschen. Die leisten Fahnen hoch und geh. Super! Sechs! Weiter wird von uns und gar nicht weg. Stimmen und die Weisen nicht so weg. Na, 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 keine Haare. Na, 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 keine Haare. Das Ego Karo. Nicht mehr ein Fotopilot. vaak in der Zeitung. Morgen! Ja, na, na. Na. Na, na! Na. Na, na. Na. Na, na. Was ist denn mit diesen Kids los? Die sind ja sowas von auf Zack, es ist unglaublich wie ihr singt. Ich glaube, sind da welche von euch dabei? Okay, das erklärt es natürlich. Das nächste Lied ist auf Englisch und heißt Strip, aber es geht darum, dass man dabei, also Strip all your make up off, also wisch alles ab, was dich irgendwie entstellt, weil es eigentlich nur eine Maske ist und sei ganz du selbst. All we need is love. Strip, aber ich weiß nicht, wie ich erschwer, kann ich schon sein. All we need is love, love, love. Strip, aber ich muss dich nicht in die grade. Das ist yeah, dass schwitzafferには alles ab und diese� nap. All we need is love, love, love. amndj. Musik Amen. 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 Und über dem Wald geht langsam der Mond auf. Der Mond ist aufgegangen, die leute Sterne fangen. Der Mond ist aufgegangen, die leute Sterne fangen, die leute Sterne fangen. Der Mond ist aufgegangen, 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 die leute Sterne fangen. Die Kinder sind ein Ende, dem Trümsel ein Ende, wie wär' die Kontrollen gelangt, Kinderanimal. Geht die Kinder anders und von dort, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört den Kinderhänden, dem Trümsel ein Ende, wie wär' die Kontrollen gelangt, Kinderanimal. Was für ein fantastischer Nachmittag und Abend hier nochmal mit dem Special Guest. Sascha Selemann, der sich dafür ein paar Fotos noch bereitgestellt hat. Ja, eine absolut gelungene Aktion wieder mit ca. 150 Schülern. Und Du bist wertvoll ist eine Message, die müssen wir immer wieder hören, weil so viel auf uns einströmt, was irgendwie uns das schnell vergessen lässt. Ja, nächstes Jahr geht's weiter 2025, dann mit Ich Bin, weil wir sind. Ja, auch hier gemeinschaftsfördernd. Ja, wir brauchen uns, wir brauchen einander. Einfach immer wieder erfrischend und gut, was sich da das 6K United Team einfallen lässt. Und wir sind auf jeden Fall wieder mit dabei, mit unserer Michael-Ende-Schule und den 15. und 16. Klassen. Es war wirklich schön, hat Spaß gemacht, auch wenn's anstrengend war. Und ich hoffe, das kam auf dem Video ein bisschen rüber und ihr hattet Spaß beim Zuschauen.